Regulation Prozessor brauche ich noch. Ah ja, Rumpio, Zertus, Quarz. Genau. Er tut es. Wird schon da dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln. Wollt ein bisschen Sand. So. Dann noch ein paar. Dense Cable. Wo ist die denn? So. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Wo ist die denn? Was? Hm. Halt, so ist die doch nicht verbinden mit dem Ding. So, ähm, so rum. Ich habe das Difficulty 52. 50. So ist die denn jetzt falsch rumgestellt? Aber wie rum war das Ding nochmal? So ist die denn? So. 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 Das ist ein Problem, so zwei Öffnungen. Na ne, dann stimmt's. So. 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 Dense Cable. So. 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 Ja gut, der Strom könnte tatsächlich zu wenig sein. Könnte ja. Erst mal unterfallen. Hm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 kosten ist deutsch was das überhaupt das gleiche geht ja noch ich habe kein schleim nur bei unten in der map fahren ist doch ganz okay was schon guckt ja auch zu schön das ist wahr ja ich habe auch noch keine fliegende insel gesehen es könnte sein dass er die abgeschalten hat müsste oder im nasser gibt es die dann auch nicht doch im nasser gibt es ja auch schleim ich schon aber frag mich nicht wo das ist das war vor der vor dem letzten update und da die maps ja weg sind ist korrekt aber naja irgendwas ist ja immer ja so ist es so 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 gut die kabel sind verlegt dann brauche ich jetzt eigentlich nur noch einen hofen storage so 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 ja so 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 jetzt du so Okay, pst, Deutsch, pass. Achja, da war ja was mit Pisten und Sticky. Attacke. Jetzt verliere ich die Interfaces. Ey, wirst du mich verarschen? Ich hab da doch gerade... Okay, du wirst mich nicht verarschen. Okay, faites boundaries, 1 다른 Mذهel Client. yet 1 2 2 3 Ich bin umgezogen. Ich hab's gesehen. Guck mal, bei dir ist ein roter Enderman vor der Tür. Ach, ja. Ein Frinderman. Wachsen die Pflanzen von alleine hier? Endpflanzen? Äh, ne. Hast du sie so gebaut? Ja. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Äh, im System. Achso, du wolltest doch mal Sojabohnen. Ja. Hier, der Markt. Für die Seeds. Nee. Okay. Ja, warum weiß ich Bescheid. Mhm. Danke dir. Bitteschön. So. Da bin ich wieder. WB. 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 Einigen gefunden? Eine hatte ich, ja. Okay. Aber kannst du ja auch craften, aber dafür brauchst du bloodmatche. Das ist ja grad mein Problem. Ja, irgendwann ist ja immer. Aber dadurch, dass ich damit angefangen habe, ich weiß nicht, wer als nächstes damit anfangen möchte. Ähm. Es gibt ein Item in der Welt und das ist ja immer dieselbe Welt ist. das kannst du das musst du finden und dann wird es aber verkraftet